Hallo, herzlich willkommen zu Left 4 Dead 1, das große Finale jetzt. Ja, jetzt kommt The Sacrifice, das erste Kapitel, das erste Kapitel, die Docks. Und wir haben den Foxy natürlich dabei. Hi, hi, ho. Und natürlich, ich bin dabei, obwohl das ja eigentlich Foxys Channel ist, also verkehrt herum angesagt. Egal. Warten wir doch einfach mal, oder? Ja, das Ding hat irgendwie nur drei Kapitel. Und Spiel starten. Ja, wir werden jetzt einfach mal komplett durch. Aber wir hoffen mal, dass es ungefähr hängen kommt. Hoffentlich nicht länger als eine halbe Stunde. Ich glaube, die drei Kapitel-Dinger sind, glaube ich, von den Game of the Year Edition, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe nicht die Game of the Year Edition. Ich meine, die wäre automatisch drin gewesen. Wo wir die gekauft haben bei Halloween. Sale. Boah, ist das schon lange her, ey. Ja, ja. Wobei, Halloween ist November gewesen. Ja, so lange ist das auch nicht. Nee, Left 4 Dead habe ich schon länger. Left 4 Dead habe ich schon seit Mitte des Jahres ungefähr. Na gut, nicht ganz. Seit Hamburg, kurz nach meinen Ferien, glaube ich. Ja, kann sein. Ja, Halloween. Ich habe es in den Halloween zergekauft, weil es da ein Angebot war für jetzt 2 Euro oder 3 Euro nur. Ja, ich bin bereit. Oh, die hat Deutsch geredet. Achso, die reden ja ganz halt Deutsch. Ich habe das wieder bei. Ich habe das wieder bei. Ah, ah, ah. Warte, 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 warte. Lade nach. Lade nach. Ey. Du bist, ich habe dich nicht angeschossen. Ja, aber Tommy von hinten, wo kommt der denn her? Der sieht doch. Der warte ist ja weg. Da, 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 da. Ich komme hier nicht durch. Danke. Hoppala. Da, da, da. Oh, hat er gerade die Tür aufgemacht, ne? Hallo? Hallo? Oh, hallo Frau. Wie geht's dir denn? Ah. Der hat auch nicht, mein Herr, der hat nicht vibriert. Der hat dann vibriert. Ich höre übrigens ein Boomer. Boomer. Ja, Boomer, ich dachte, das wäre eine Witze. Sitzt der, alter. Guck mal, der Babbo hier. Hi. Der hat keine Schuhe an. Doch, der hat Schuhe an. Kommt für Schuhe. Boomer. Ach, du Scheiße, da kommt er. Oh mein Gott, der Boomer hat drei Leute angespuckt, glaube ich. Sie kommen von allen Teilchen. Sie sind sterben. Oh, ich habe Soundbugs hier. Oh, ich habe Soundbugs hier. Hey, zwei Pistolen. Wo? Oh no. Auf dem Boden liegt noch einer. Ich sehe keine. Ich bin blind. Hier unten liegt auch einer. Hier unten liegt auch einer bei mir. Ey. Jetzt hat es Francis, Steve. Ey, der hat die einfach gesnackt. Ich sehe die Englisch. Oh, das ist eine Witze. Oh mein Gott, Witze, 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 Witze. Hier nicht. Hier riecht auch eine. Pistole. Wo müssen wir denn langen? Hier runter? Hier runter? Ach, da. Ich habe die nicht getroffen. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot, ne? Ja, wie geht es mir? Ich liege auf dem Rund und verblute. Wie geht es mir? Sorry, die Frage war unnötig. Halt still, ich helfe dir. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bekomme mich, Zoe. Ich habe den Kapital voll Soundbox. Ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Es kann auch sein, dass ich das wegen den Rändern, dass mein PC das gerade nicht passt. Ja, das kann auch sein. Ja, aber irgendwas muss ich erzählen, so Fertsch machen. Suckern, meine Suckern. Halt, 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 Halt. Halt, Halt, Halt. So, Halt, 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 Halt. Halt, Halt, Halt. Halt, Halt, Halt. Ja, ho, ist was dickes. Proxy. Sie wollen mich fressen! Niemals! Ey, Zoe, mach die Tür zu! Trau hin! Nein! Ich hab's geschreit! Machst du! Was willst du für hier? Du, Tidak! Der ist noch weg! Wie leckst du? Ja, tu ich! Mann, der Bume dick haut ab! Oh, ich hab mal so ein geiles Bild gesehen, ne? Das kannst du gleich mal in Steam gucken! Da ist er halt so nach Hauswand in der Ecke! Ja, da muss ja gerade so viel los! Da ist halt der Hauswand! Äh, also mit einer Ecke halt! Und dann links stehen da vorne halt unsere Gefährten! Alle vier! Äh, hängen da an der Ecke! Und dann, äh, andere Seite sind dann halt die vier Monster! Hunter, äh, die, äh, Smoker, äh, Boomer und dann hat der Tank! Der Tank hält den Boomer den, äh, Mund zu! Das sieht so genial aus, äh, die Zeichnung! Da muss mal gucken! Da öffnen sie die Waggontür! Ich will das nicht öffnen! Ähm, was du das? Was du das? Sag mir bitte, dass das... Das, ganz, ganz... Das ist kein Tank! Ich will da nicht hin! Das ist was größer, größer als ein Tank! Ich will da nicht sein! Ja... Ah! Du stellst dich doch nach vor! Ich... Ich extra... Ey, das haut ab! Oder was? Ne! Du fängst an zu lecken, ladest dein Vater wieder was runter, ne? Da! Holt euch leckerli! Holt euch leckerli! Er klappt mir die ganzen Kills! Hahaha! Ich... Ich weiß nicht mal wo du Rohrbohm gefunden hast! Oh mein Gott, oh mein Gott! Es sind so viele! Es sind so viele! Kein Problem, Foxar ist da! Sorry! Ist irgendwo noch ein Hunter oder ein Sniper? Ähm. Sprechen die ab und zu englisch? Ich weiß es nicht. Opening door, opening door, opening door. Und... offen. Dass hier kein Zellpunkt kommt, das wundert mich. Sonst ging das immer so fix. Oh Gott. Wotter mit Spielen, das geht aber nicht. Ein Flakgeschütz, oh mein Gott. Ähm. Der hat fast dicker ist. Guck mal. Guck mal. Da oben lief was auf dem Dach, da oben lief was auf dem Dach. Ne, ich renne einfach durch, ich renne einfach durch. Da kommt irgendwas. Francis, was machst du für komische Geräusche? Hast du Belägen oder was? Ich nehm' die Gasflasche mit. Ach hier, Safehouse. Äh, oder nicht. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Alter. Wo hab ich die Gasflaschen geworfen? Alter. Wo hab ich die Gasflaschen geworfen? Alter. Mein Gott, wo ist das Safehouse? Wie ist es? Hier ist es nicht safe. Wobei, da ist ein Fackel. Äh, Fackel. Äh, Leuchtfeuer. Hallo, Schlorp. Da hab ich jetzt aber einen Hunter gehört. Komm, wir verstecken uns hier. Mach die Tür zu. Äh. Dann hat er die Tür aufgemacht. Boah, hast du das gesehen? Boah, das geht hier fortgeknallt. Hahaha. Da kommen sie rein. Pupp. Knallt die in die Wand. Hahaha. Geil. Die Tür ist kaputt. Nein, ich bin hier. Boah, das hat sich doch noch angekotzt. Sie kommen. Hä? Hä? Scheiße. Wo sind die denn hingelauten? Achso. Wo sind wir? Ah, hier ist ein Safehouse. Komm. Komm, Frauus. Lauf. Lauf, Frauus. Lauf. Ich kann mal ein Stückchen. Warte aufgehen. Ah, ich bin da. Wuuu. Wuuu. Ah, das sieht doch schon wieder besser aus. Das sieht doch nicht aus. Na, Tank schlechter. Witch-Handor. Witch-Jäger. Ja, die hab ich nicht gekriegt. Die Scheiße. Ich bin zwar fertig mit Lahn. Jetzt auch. Zoe, wir vertraut CEDA. Wir vertraut den Militär. Und sie liefen uns nicht. Warum redest du Englisch? Weil, ich kann. Der Franzis sagt was, ne? Tack, tack, pam, 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 pam. Oh mein Gott, ich hab vergessen, Muni zu holen. Nein, wir werden es gern. Ja, ja, das werde ich ja. Jetzt, sorry. Ich Muni. Yay, Zoe läuft mir nach. Hast du die Explosion gehört? Oh, ein Molly. Oh, Rohrbombe. Aua, die schlagen mich in den Busch nach und die wollen mich töten. Die wollen dich in den Busch nachfüllen. Alter, du warst doch tot. Geh weg. Geh weg. Steh still, ich helfe dir. Danke, wir haben geschehen. Ah, Loos. Loos. Au, warum ziehst du auf mich, du Penner? Du Penner, du. Wow. Wow. Heiß. Heiß. Voll in der Hall, voll in der Hall. Verlagt oder was? Hör auf mich zu beschießen. Ach, halt's Maul, du es. Ich will mich nur töten. Ach, hier ist eine zweite Pistole. Nein, jetzt nicht. Die geht nach euch. Komm. Ich besiege alles hier. So, Bill, wo müssen wir hin? Du kennst dich ja hier ein bisschen aus, du wirst ja ein bisschen älter. Komm, wir hauen einfach ab. Wir hauen einfach ab. Wir hauen einfach ab. Äh. Oh, ich bin eigentlich zurückgelaufen. Troll. Wollen wir uns hier drin nicht so ein LKW oder ein GM? Ja, bitte. Das ist für dich. Ah. Ja. Warum die das nicht machen, weiß ich auch nicht. Mein Auto kommt so besser voran als so. Ja, ne? Und anscheinend die Autos sind dann alle noch. Ja, wenn die Alarmanlage geht, dann müssen die Adresse auch gehen eigentlich. Ich kann mir halt denken, dass die Alarmanlage als erstes kaputt geht, wenn die Strom und so. Gegen den Batterien. Oh, die klingeln hier. Ach, du Scheiße. Toll. Ich will doch nur Action machen. Da. Wollt euch. Wir hatten Wolli in mich reingeschlissen. Ne, die ist witzig. Deswegen bin ich jetzt umgekommen. Hehehehehe. Oh, ich kann den Soix hinten schicken. Neu. Soi, bin gleich neben dir. Guck mal, die will hier hoch. Da war dein Fuß bearbeitet. Danke, Soi. Wie viele Zigaretten hast du denn dabei? Genug. Hast du einen Rucksack eigentlich an? Ja, Taschen hast ja ein paar. Wo punk hast du das denn? Unter deiner Mütze oder was? Na, da. Tank. Tank. Wo? Tank. Tank. Da, hinten, da, da, da unten, da unten. Da. Ja, greif ihn an. Hehehe. Hehehe. Hey, hier ist ein Bogen. Nein, Francis. Warum redet ihr englisch? Warum redet ihr englisch? Warum redet ihr englisch? Komisch, müsst ihr mal schreiben was das ist hier überhaupt. Ist das von Game of the Year Edition? Ist das ein Zusatz-DIC? Warum reden die englisch? Warum 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 hat Warum hat Bill denn so vielen Sieg Ritten auf einmal? und gebt keine ab ich will euch doch nur schützen da ist eine tür und du kletterst durchs fenster ihr seid doch doof ich wusste es irgendeiner die rei ich bin ich habe euch besucht nee nicht witzig wir sind gerade voll in der aufnahme aber was ist freche eigentlich wollen wir durchspielen gleich wir sind noch in der aufnahme nehmt ihr mich geradeaus wenn das so aufgeladen wird bist du dabei jetzt ist sie abgehoben da geht's die die einfach wieder die so na ich bin auf youtube ja das was die die da kommen ist war das ja die da kommen ist jetzt werde ich auch noch angeschrieben ne das passiert ja wenn man im ts halt ist das passiert dann einfach kann man nicht machen ne das passiert nur wenn man das passwort wieder rausnimmt ja ich dachte hier kommt ja sowieso keine sau mehr ja ich dachte ja die kommt ja was ich sag mir auf dem kiesberg wie bitte? die wird jetzt auf dem schiff wow wow wie kommen die zappys denn hier alle hochgeschleppt geht weg nein nein ich helf dir Bill geht weg doch doch die prügeln mir die flog mir auf mein Fleisch komm schon los steht auf steht auf los Moment ich muss mich verarzt verarzt du dich besser doch verarzt du dich mal so wie fummelt kann dich nicht mehr befummelt du haben wir haben nein ich bin doch gerade oben aber wie gesagt das passiert halt wenn man im ts ist äh ja wir müssen uns mal ein eigenes ts irgendwie besorgen nochmal oder eigentlich ist der es ja bezahlst du dann nein die taschenlampen aus die taschenlampen aus die ist da hier irgendwo hier die ich werde jetzt auf den boden legen ich hab die noch nicht mal ge- die hat die noch nicht mal ge- bitch schaust du's nein komm schon hoch hu danke müssen wir da runter da runter ist bloß Oma äh ja Oma tot ist das Salz oder Kies ich kann das nicht aus dem dicks Ton lesen ich mein das wär Kies ne oder Kies Kies zählt das auch zählt das auch wenn ich die Tommies im Wasser schieße dass die tot sind ich nehme mal meine Schmerzpell ja ob du trotzdem gesund hast wow Panther oh danke ja ich seh wie der gerade der wollte mich schmecken und dann springt er doch zu dir der wollte halt seine Zigarette haben wo war der denn weiß ich nicht weiß ich nicht kann aber über die Mauer jetzt rennen wir über die Mauer wieder zurück kann man hier rüber doch nicht auf mich schießen doch nicht auf mich schießen hast du mich gerade echt dafür angemeckt hast du mir mit meine Grenate reingelaufen bist du im Duschan ja dafür habe ich jetzt die Rohrbombe und äh ja dafür habe ich Rohrbombe und ähm das ist mir die Pekku mit Snack ey das sind meine Snacks die nicht mehr und das schon wieder ne Witsch geh doch weg ey die sind ja aggressiv die Fischer ich wollte aber hier lagern vielleicht äh kann ich mit Zombies Freunde werden ok ich hab nur noch 30 bang ah safe room yay wir sind safe im room das ist ein safe room äh äh jetzt kommt hafen Finale äh yay 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 ich weiß schon dass der Part bisschen die längste Praline der Welt ich weiß schon dass der Part in Überlänge ist aber eh egal so lange es nicht eine Stunde ist genau so lange wir noch bei 59 Minuten und 99 Sekunden äh 99 und 59 Sekunden sind echt das was klabert hier das muss ich ja lesen sonst ich kann kein Englisch wobei in The Walking Dead habe ich auch irgendwie mit meinem gebrochenen Englisch das geschafft gut gut gehen wir verdammt das hat weh das hat weh du pass auf wo du hin zielst ich nehm die Pillen meine Pillen mein Molli 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 oh Molli da ist ganz viel Licht sich da lassen weiß das gefällt mir nicht aber Björn ich bin ja gerade so dass die Zilia gerade da war die Zilia ich will mit dir LOL spielen Björn bitte? die Zilia hat schlimm gefahrt äh wegen LOL ich hab das ja gerade nicht richtig verstanden ja halt sie ja aber ich nehme gleich meinen Kopf noch raus oder er spielt eine Runde oder mal gucken wobei er spielt aber mehr als eine Runde we need to power these 3 Generators to run away ja im Wollt ich sagen äh erster erster kann sie machen und eine Runde lösen also ich so das sind drei Generator ich weiß nicht ob man die die Generator haben gestartet und verteilt die sollen alle drei gestartet auf einmal jetzt? äh 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 alter wie viel sind denn im Räuschrum ey sowie nein neeeein so war für soe bin ich durchs Feuer gelaufen müssen wir jetzt alle drei anstalten oder da hinten ist noch einer ohoh komm Jo, das war auch immer so ein Stein Ich bin gleich tot, wenn es so weiter geht Ey, der legt ja noch Guck mal, der hat Hosen an Der King Guck mal, das Schmerzabletten Müssen wir jetzt die anderen beiden auch noch einschalten, oder? Wie geht das hier? Ähm... Nee, Re Re? Ich fühl mich Ja, furchtbar Wann bist du denn abgehauen? PC Hab ich gar nicht gemerkt, ich hab ganz einfach nicht mehr allein gesprochen Verbindung unterbrochen Ja, wie kann ich dich jetzt im großen Finale einladen? Halt still, ich versorg dich Halt still, ich verarze dich Gut, dann bist du nur physisch noch dabei Äh... Ne Nein Ich kann dich nicht einladen mitten im Spiel Aber ich kann beitreten mitten im Spiel Ja, mach mal Bin dabei Dann warte ich auf Ich hab extra Pause gedrückt Ich weiß ja noch nicht, wie ich hier rauskomme Pause steht da, da steht Pause Ich hab gar nicht gemerkt, dass du weggegangen bist Ich rede und rede und rede Ja Da verpiss dich einfach, ey Wollte dich da alleine sterben lassen Wollte dich dabei sein Ja, sollen wir da die Dreckgenerator... Äh... Alle anmachen, oder? Ja, wann bist du ja nicht... Wann bist du ja nicht drin? Da steht Pause, Pause, Pause Kleines Stück sehe ich noch Wir brauchen jetzt Fahrstuhlmusik Und übrigens Danke Leute an 50 Abonnenten Ich bin da... Das ist richtig geil für euch Ich bin da... Das ist richtig geil für euch Ja, yeah, yeah, yeah 51 Wie 51 Ja, hast du heute mit abgesagt 51 Oh, sogar 51 Ja, wir sind hart dabei Richtig hart dabei Gronkh einzuholen Er hat noch ein bisschen Vorsprung, aber das schaffen wir noch Dieses... nächstes Jahr Vielleicht zwei Abonnenten Hat er mehr als wir Also... Für euch ist es ja... Dieses Jahr 2014 Für uns war das ja noch Einen Tag vor Silvestern Yay, morgen ist Silvester Ich hab gehört, wir machen morgen Special Was? Das wüsste ich aber Weißt du schon wieder, was ich nicht weiß? Was? Ja, ich weiß schon wieder, was du nicht weißt Aha Warum lädt er das letzte Stück jetzt nicht? Hehehe Das ist alles, weil wir in der Aufnahme sind Ja, weil wir dich nicht dabei haben Ich hab... Da steht Pause, ich kann nix machen ohne dich Weitritts Erfolg Ja... Und jetzt? Gerade Jetzt lädt er gerade gar nicht Ne... Dede... Und ja, wir holen den Gronkh noch irgendwie ein Und... Ja, da, da Er lädt, er lädt... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Ja, ja... Und jetzt hängt er wieder ich werde irgendwann wir uns pc aus dem fenster wird sagen du fährst zu deiner tante hin und sagst ihr gibt den pc wieder her sonst schleich dich nein tante lieb die hat der pc weg genommen den ich haben hätte können behaupte mal ganz stark wir müssen das noch mal von vorne machen gut wir sehen uns dann gleich hier machen und das letzte dann als extra part dann wird das nicht ganz so lang ja gut ausnahmsweiche gut das war der part ende wir spielen dann gleich das war part 16 ja ist ja gut ich bin auch dabei am treten ne das war dann partnummer 16 jetzt gleich das finale auf das letzte endlich finale nummer 2 gut dann bis bis morgen bis morgen bis morgen bis morgen bis morgen tschüss ich schlag den bionier